Ja, Sie müssen aufsteigen bitte, ja? Ja, müssen Sie mit dem Bus fahren. Ja, Sie müssen aufsteigen. Ja, Sie müssen aufsteigen. Ja, Sie müssen aufsteigen. Ja, Sie müssen aufsteigen. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Herzburg rechts der Pegnitz. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben folgende Anschlüsse. Bus e.V. nach Neuhaus über Hohenstadt um 6.45 Uhr. Nächste Station. Herzburg rechts der Pegnitz. Diese Zugfahrt endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und bedanken uns für die Fahrt mit der Mittelfrankenbahn. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ich schlag jetzt aber auch nicht keiner ein, ne? Dann muss ich das nicht ausmachen. Dieser Zug endet hier. Bitte alle Fahrgäste aussteigen zur Weiterfahrt Richtung Neuhaus. Bitte den Schienenersatzverkehr am Bahnhofsvorplatz benutzen. Ich wiederhole, dieser Zug endet hier zur Weiterfahrt Richtung Neuhaus. Bitte den Schienenersatzverkehr mit dem Bus vom Bahnhofsvorplatz benutzen. Vielen Dank. Hallo. Ja, Sie müssen aufsteigen bitte, ja. Wo müssen Sie denn hin? Da fährt er. Ja, müssen Sie mit dem Bus fahren. In fünf Minuten fährt der Bus vom Bahnhofvorplatz weg. Ja, wir treten hier runter und dann... Ach, so schwer ist es doch eigentlich nicht, oder? Ja, ich kann es jetzt aufsteigen. Okay, wir verben. So Es wird Zeit, dass wir endlich mal weiterkommen hier Starten sie den Motor Achso, warte mal Ist jetzt wieder noch gemeldet? Äh, hallo? Was ist jetzt los? Ich gehe mir jetzt die Motoren nicht an Statt den Motor nicht mehr Das gibt es noch nicht Bring mir da mal eine Störung in den Rübel Fortspannung 25,5 Volt Jetzt ist der Keder am Hä? Hä? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen, warum das jetzt nicht geklappt hat Aber jetzt laufen sie auf jeden Fall So Bine Höre Bine 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 Untertitelung des ZDF, 2020